Guten Morgen meine lieben Zuschauer zum heutigen GFD-Devisenrader Montag, dem 19. Dezember. Das Jahr nähert sich so langsam aber sicher dem Ende und dennoch haben wir hier noch eine gute Woche Markt-Action vor uns, auch wenn gleich viele natürlich in der vergangenen Woche wahrscheinlich die Bücher bereits geschlossen haben. So wollen wir heute dennoch auf den Euro gegenüber dem Austral-Dollar schauen. Der Euro zum einen sehr interessant in der Abwärtsspirale, gegen den US-Dollar ja hier sozusagen auf dem Lauf zur Parität unterwegs. Beim Euro gegenüber dem Austral-Dollar hingegen sehen wir eine gewisse Stabilität und das ist ganz, ganz interessant und das wollen wir uns hier mal näher betrachten, auch vor dem Hintergrund, dass wir in dieser Woche, um genau zu sein, hier am kommenden Dienstag, also morgen, hier praktisch das Protokoll der politischen Notenbank-Sitzung aus Australien zu erwarten haben. Das wird spannend sein, was wir da sozusagen sehen. Grundsätzlich hat Zinssenkung weiter nicht zu sehen in Australien. Der Immobilienmarkt ist da hier ein Stück weit heiß gelaufen. Ansonsten ist Wirtschaftswachstum recht schwach. Die Hoffnung liegt auf starken Rohstoffen und das haben wir aber zuletzt eben auch gesehen, dass die Rohstoffe wieder zurückgekommen sind, insbesondere die Edelmetalle. Aber es geht ja auch um Kupfer und andere Sachen. Und sofern muss man mal gespannt sein, wie sich das im Jahr 2017 entwickelt. Das wird sicherlich sehr immens und interessant für den Austral-Dollar werden, der ja auch als Rohstoffwährung bekannt ist. Schauen wir aber mal kurz auf das große Bild gegenüber dem Euro und dem Austral-Dollar. Da sehen wir hier die übergeordnete Schwäche des Euros, ganz klar. Und jetzt hier aber eine gewisse Stabilisierung im Bereich um 1,42. Da gab es ja immer wieder Nachfrage auf der Sud-Seite. Wir haben hier auf Wochenbasis ein schönes Support-Level, das wir auch direkt mal hier in den Chart bringen können. Grüne Zone. So, und wir haben hier ein Band, da bewegt sich das Währungspaar Roundabout schon seit einigen Wochen seitwärts. Um genau zu sein seit Oktober, das sehen wir am Tagesschart auch nochmal spannenderweise. Wir hatten auch vor längerem oder kürzerem, je nachdem wie man es sieht, auch schon mal ein saisonales Setup, was sich leider nicht erfüllte, im Sinne eines Ausbruchs nach oben möglicherweise. Das haben wir letztlich nicht gesehen, denn die Range hier im Bereich 1,44 Oberseite und hier 1,42, 1,41,90 auf der Südseite hat hier weiter Bestand. Und das eben seit Ende Oktober schon. Und Sie sehen, die Range ist wirklich eng, roundabout 200 Pips, das ist nicht viel, denn das Währungspaar selber, wie gesagt, bewegt sich am Tag allein schon rund 100, 120 Pips. Das heißt, im Grunde genommen ist die Range in 1, 2, 3 Tagen immer schon wieder ausgeschöpft, aber Sie sehen, es geht pingpongartig hin und her. Wie kann es jetzt weitergehen? Das ist die gute Frage. Letztlich, um Sicherheiten, wenn man sie denn sucht, zu finden, müsste man einen Ausbruch aus dieser Range erwarten. Wenn er denn kommt, wäre es wunderbar, doch kommt er, ist die große Frage. Letztlich Euro, wie gesagt, in einer gewissen Schwäche, der Austral-Dollar, morgen Zinsentscheid, was passiert. Grundsätzlich haben wir saisonal ein interessantes Setting, das hier sozusagen orakelt, will ich mal fast sagen, dass der Euro gegenüber dem Austral-Dollar hier zur Schwäche neigt. Und zwar beginnend mit dem heutigen Close für 14 Handelstage bis ins Jahr 2017 hinein. Das sieht, wie gesagt, ganz interessant aus und das könnte heißen, wenn wir heute in der Erholung hier in Richtung 1,44 sind, möglicherweise auch morgen, dass es hier ein schönes Short-Setting ist, um sozusagen auf eine fallende Tendenz zu setzen. Denn der Widerstand hier oben, der ist signifikant. Grundsätzlich vom Seasonal-Setup, wie gesagt, bis zum 6.1. wäre das hier sozusagen eine gangbare Idee. Und da zeige ich Ihnen auch gleich noch die kommenden Stats sozusagen. Hier haben wir sie auch schon. Während der letzten 21 Jahre gab es, wie gesagt, nur vier Verlierer. Das bringt oder führt zu einer Trefferquote von knapp 81 Prozent. Das ist exorbitant. Und in der Regel gab es immer nur eine Serie von Verlierern. Und das ist ganz interessant, weil im letzten Jahr gab es ein Verlustjahr, wie wir hier auch im Performance-Chart sehen und auch hier in der Übersicht der einzelnen Trades gab es im letzten Jahr, wie gesagt, hier einen relativ derben Rückschlag, der, wie gesagt, im Sinne der Saisonalität, im Sinne der Wiederholungseffekte eigentlich dieses Jahr nicht erfolgen sollte. Doch es gibt natürlich auch zwei Verlustjahre in Folge. Doch der Euro gegen den Australdollar hat dies bislang nicht gesehen. Insofern ganz interessante Ausgangssituation, gerade vor der technischen Situation, dass wir hier vorm Widerstand stehen und eben hier ein bärisches Setup vor uns haben, was hier einen durchschnittlichen Gewinn von, ja, doch beachtlichen 369 Pips hier in Aussicht stellt. Und das gegenüber einem Verlust, der hier nur bei 164 liegt, das sieht eigentlich ganz interessant aus. Ergo sollte man aber natürlich den heutigen Schlusskurs abwarten oder eben auch die morgige Notenbankentscheidung. Gehen wir mal vom Bereich 1,44 aus. Und ziehen mal hier entsprechend die 370 Pips knapp nach unten. Dann würde das sogar für einen Ausbruch auf der Südseite sprechen, um dann hier sozusagen direkt auch den Support schon bei 1,40 knapp anzulaufen. Also das ist wirklich eine interessante Ausgangsbasis, die wir hier gerade sehen. Die Gretchenfrage wird eben nur sein, ob es denn auch tatsächlich so kommt. Die Ausgangslage, wie gesagt, ist gegeben. Auf der Nordseite jetzt hier mal das technische Risiko. Vorausgesetzt, das Währungsbrauch steigt überhaupt bis in den Bereich von 1,44. Theoretisch könnte man auch den heutigen Close um 23 Uhr herum wählen, um sozusagen ein mögliches Short-Setting zu starten. Hier hatten wir, wie gesagt, das waren 174, 64, sorry. Das wäre praktisch das Risiko rein statistisch gesehen. Ja, und das ist eine ganz interessante Ausgangsbasis. Gehen wir mal davon aus, dass der Euro heute noch ein Stück weit ansteigt. Wäre das sozusagen hier das mögliche Setting. Und das wäre praktisch die Chance, die sich hier saisonal auftut. Und ja, grundsätzlich beim vorausliegenden Widerstandsbereich eine sehr, sehr interessante Möglichkeit. Doch bedenken Sie natürlich, dass es hier zum Jahreswechsel hin sehr dünn wird am Markt. Also die Liquidität ist natürlich nicht in dem Maße gegeben, wie sie eigentlich standard unterwegs ist. Das heißt, hier kann man natürlich auch viele Spikes erwarten, die dann auch natürlich so ein saisonales Setup ein Stück weit relativieren. Aber bislang im Rückblick der Geschichte war das eben ein ganz anständiges Setup während der letzten 21 Jahre, bis aufs letzte Jahr eben. Aber mal gespannt sein, was passiert. Den Worst-Case-Stop könnte man sogar noch ein Stück weiter nach oben setzen. Hier 1,46, da sollte er spätestens liegen. Also sogar ein Stück weit über dem saisonalen Pattern. Aber hier haben wir auch einen Horizontalwiderstandsbereich, der nicht geknackt werden sollte, weil es sonst dann doch eher weiter nach oben geht. Also Euro-Austral-Dollar, ganz interessantes Setting, auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich selbst vom technischen Umlauf, vom technischen Rahmen sozusagen sehr, sehr interessant. Insofern passt das ganz gut rein. Deswegen die Vorstellung heute für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Wochenstart, wenn Sie mögen. Hören wir uns auf jeden Fall morgen wieder, beziehungsweise im weiteren Wochenverlauf ohnehin. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Erfolg beim Handel, Ihr Christian Kemmerer und Tschüss. Ich wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Erfolg beim Handel.